Monte Carlo, jetzt nochmal ein Blick ins Innenleben. Zunächst, was man wissen sollte, Monte Carlo ist aus der Zeit von Bali, als Bali hier die Lockbar in die Scheibe integriert hat, ein irres System. Gab es ein paar Jahre, wurde dann wieder abgeschafft, wahrscheinlich aus Kostengründen, ist aber eine coole Sache, insbesondere wenn man hier mal was dran warten will. Was man auch wissen sollte, diese spezielle Scheibe, die kann ich eigentlich auf zwei Streben hier arretieren. Ich habe es jetzt nur auf einer gemacht, reicht aus, normal ist es aber, damit es sich nicht verzieht, nimmst du beide Streben. Und hier, um die Spielfläche zu lüften, bekanntermaßen nutzt man die innenliegende, den Holzstab und arretiert von unten. Ja, so sieht es aus im Innenleben des Monte Carlo, die üblichen Baugruppen hier, Relaybänke, Spulen für die Flipperfinger, hier unten die Schlagturme und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir ins Innenleben, hier ist ja sozusagen das Gehirn des Gerätes. Und ja, das ist schon krass. Man sieht, dass hier Technik reingebaut wurde, ohne Ende, die auch benötigt wurde, um elektromechanisch diese ganzen Funktionen überhaupt abzubilden. Und hier beeindruckt natürlich die riesige Resetbank mit ihren Kontaktbündeln, den Stapeln. Das muss alles einwandfrei gecheckt sein, justiert sein. Und da oben drauf kommt dann der Score-Motor, das Gehirn. Man sieht auch, wie fett der hier bestückt ist, mit wie viel Kontaktstapeln. Das ist schon krass. Gar nicht reden will ich von den Stepper-Units hier, die natürlich einwandfrei flutschen müssen. Und empfehlenswert ist immer auch, die Stecker anzuschmürgeln, Waffenöl rauf, damit sie vernünftig Kontakt bringen. Auch so eine Sache, wenn es nicht gemacht ist, kriegst du Probleme. Hinten in der Ecke sieht man Lüsterklemmen und so einen silbernen Kasten. Hier habe ich folgendes gemacht. Da sitzt der alte Netzfilter, Fehlerquelle Nummer 1 für das Fliegen der Haussicherung. Das Erste, was man machen sollte, raus mit dem Ding und überbrücken, um für alle Zeiten da sich kein Ärger ins Haus zu holen. Hier eine endlose Reihe rechter Hand von Relais mit zig Funktionen. Das ist schon beeindruckend, was hier alles auf engstem Raum verbaut wurde. Hier vorne gleich, relativ hinter der Kassentür, deswegen absolute Vorsicht der Trafo. Nicht vergessen, wenn das Gerät aus ist und am Strom eingestöpselt, kannst du hier trotzdem eingeballert kriegen, dass du die Englein singen hörst, weil der Strom hier nämlich anliegt. So, die Kasse ist noch da, sehr guter Zustand, Original Bali Kasse. Und hier unten neu aufgesetzt die Sicherungshalter, viermal neu, Sicherungswert stimmen natürlich. Ja, so sieht es aus im Innenleben des Monte Carlo. Nicht fehlen darf natürlich das Tilt-Pendel, die Tilt-Kugel und hier auf der rechten Seite der Freispinocker. Das sind Features, gerne werden sie vergessen oder sind rausgebaut und dann viel Freude beim Suchen auf dem Markt. Okay, so viel von mir zum Monte Carlo 1973 Bali. Ich wünsche viel Spaß beim Betrachten des Videos. Und dann bis bald mal wieder. Tschüss.